die erde stellte eine hölle dar die nachmittagssonne brannte mit solchem eifer daß selbst das thermometer das im amtszimmer des akzisebeamten hing ganz ratlos wurde es stieg bis grad rehamur und blieb unentschlossen stehen von den bürgern troff der schweiß wie von müde gehetzten pferden sie ließen ihn ruhig eintrocknen denn sie waren zu faul um ihn abzuwischen über den großen marktplatz längs der häusereihe mit den hermetisch verschlossenen fensterläden gingen zwei bürger der rentmeister pochischichin und der rechtskonsulent und jahrelanger berichterstatter der zeitung sohn des vaterlandes optimow sie gingen nebeneinander und schwiegen infolge der großen hitze optimow hatte wohl lust kritik am magistrat wegen des staubes und schmutzes auf dem marktplatz zu üben da er aber den friedlichen charakter und die gemäßigte gesinnung seines weggenossen kannte zog er es vor zu schweigen mitten auf dem marktplatze blieb pochischichin plötzlich stehen und blickte zum himmel hinauf was schauen sie denn da sind eben starre vorbeigeflogen ich will mal sehen wo sie sich hinsetzen werden eine ganze wolke wenn man aus einem gewehr schießen und sie dann auflesen wollte und wenn man im garten des herrn dumppfarrers haben sie sich hingesetzt keine spur jeffel serapionitsch nicht beim herrn dumppfarrer sondern beim herrn diakon vratuadov und wenn man von hier aus schießen wollte so würde man nichts treffen so ein schrotkorn ist ja klein und verliert ihr es sie erreicht jede kraft und warum sollte man sie auch töten der vogel fügt zwar dem bärenobst schaden zu ist aber immerhin eine kreatur gottes der star kann auch beispielsweise singen warum singt er aber um den schöpfer zu preisen alles was odem hat lobt den herrn ach nein sie haben sich doch beim dumppfarrer hingesetzt drei alte wallfahrerinnen mit säcken auf dem buckel und in bastschuhen gingen lautlos an den sprechenden vorbei sie blickten protischichin und optimow die aus einem unbegreiflichen grunde das haus des dumppfarrers betrachteten fragend an verlangsamten die schritte blieben nach einer weile gleichfalls stehen sahen sich noch einmal nach den beiden freunden um und begannen gleichfalls das haus des dumppfarrers anzustarren ja sie haben recht sie haben sich tatsächlich beim dumppfarrer niedergelassen fuhr optima fort bei ihm sind eben die kirschen reif geworden sie wollen sich wohl an die kirschen machen aus dem dumppfarrerhaus trat nun der dumppfarrer vosmistischief in eigener person in begleitung des küsters jesdingey auf die straße als er sah daß man sein haus so aufmerksam betrachtete und da er nicht verstehen konnte was die leute so anzog blieb auch er stehen und begann mit dem küster gleichfalls zum himmel hinauf zu blicken um die ursache zu ergründen Vater Paisi geht wohl zu einer heiligen amtshandlung sagte Putschischichin Gott stehe ihm bei zwischen den freunden und dem herrn dumppfarrer gingen die arbeiter von der purowschen fabrik vorbei die soeben im flusse gebadet hatten als sie den vater Paisi der angestrengt zum himmel hinauf blickte und die wallfahrerinnen die unbeweglich dastanden und gleichfalls hinaufstarrten sahen blieben auch sie stehen und blickten in die gleiche richtung dasselbe taten ein junge der einen blinden bettler führte und ein bauer der ein fässchen verdorbener hieringe schleppte um sie auf dem marktplatz abzuladen es ist wohl etwas los sagte Putschischichin vielleicht eine feuersbrunst nein es ist kein rauch zu sehen hey kusma schrie er dem bauern zu der stehen geblieben war was ist denn los der bauer antwortete etwas aber Putschischichin und optimow hörten es nicht in allen ladentüren zeigten sich die verschlafenen kommis die maurer die das mehlager des kaufmanns vertikolin tünchten ließen ihre leitern stehen und gesellten sich zu den fabrikarbeitern der feuerwehrmann der auf dem wachturm barfuß im kreise herumging blieb stehen sah eine weile hin und stieg hinunter der wachturm war auf einmal verwaist dies erschien verdächtig brennt es nicht irgendwo stürzen sie doch nicht so sie schweinekerl wo sehen sie eine feuersbrunst was für eine feuersbrunst meine herrschaften gehen sie auseinander ich bitte höflichst es brennt wohl innen er bittet höflichst und fährt dabei einem mit den händen ins gesicht fuchteln sie nicht mit den händen sie sind zwar die obrigkeit habe aber doch kein recht so mit den händen herum zu fuchteln aufs hühnerauge ist er mir getreten der teufel soll dich überfahren wen hat man überfahren kinder da hat man einen menschen überfahren warum dieser auflauf zu welchem zweck einen menschen hat man überfahren euer wohlgeboren wo geht auseinander meine herrschaften ich bitte höflichst darum ich bitte dich höflichst du klotz die bauern kannst du herumstoßen aber bessere leute darfst du nicht anrühren untersteh dich nicht sind es menschen kann man denn diesen teufeln mit guten worten beikommen sidorov ruf mal den akim danilic her schnell meine herrschaften sie werden es ja bereuen wenn akim danilic kommt werden sie was erleben bist du auch dabei parfen du blinder heiliger greis er sieht nichts muss aber doch dabei sein wo sich die leute drängen und gehorcht auch nicht smirnov schreib mal den parfen auf zu befehl soll ich auch die purowschen leute aufschreiben dieser da mit der geschwollenen backe ist auch einer von den purowschen die purowschen brauchst du einstweilen nicht aufzuschreiben purow hat morgen namenstag die starre erhoben sich als dunkle wolke über dem garten des herrn dompfarrers aber pochichichin und optimow sahen nicht mehr hin sie standen da starrten in die höhe und suchten zu begreifen warum sich so viele menschen angesammelt hatten und warum sie hinaufschauten da erschien an einem bissen kauend und sich die lippen abwischend akim danilic er drang mitten in die menge hinein und brüllte feuerwehrleute macht euch bereit auseinander gehen herr optimow gehen sie auseinander sonst geht es ihnen schlecht statt in zeitungen kritiken über anständige leute zu schreiben sollten sie sich lieber selbstangemessener aufführen von den zeitungen lernt man nichts gutes ich bitte sie die öffentliche meinung nicht anzutasten fuhr optimow auf ich bin literat und kann es nicht dulden daß man die öffentliche meinung antastet obwohl ich sie auch aus bürgerlichem pflichtgefühl als einen vater und wohltäter verehre feuerwehr los es ist kein wasser da euer wohlgeboren keine widerrede fahrt zum fluß und holt wasser schnell wir können nicht hinfahren euer wohlgeboren der major ist mit dem feuerwehrpferden weggefahren um seine tante abzuholen auseinander gehen zurück hol dich der teufel das sitzt schreib ihn mal auf diesen satan ich hab den bleistet verloren euer wohlgeboren die menge wuchs immer an gott weiß zu welchen dimensionen sie noch angewachsen wäre wenn es dem gastwirt greschkin nicht eingefallen wäre in diesem augenblick das aus moskau verschriebene neue orchestrion zu probieren als die leute das schützenlied hörten stöhnten sie von zücken auf und stürzten zum gasthaus so erfuhr kein mensch warum sich die menge angesammelt hatte und auch optimow und potschichichin hatten schon die starre die waren schuldigen ganz vergessen nach einer stunde war die stadt schon wieder still und unbewirklich und man sah nur einen einzigen menschen den feuerwehrmann der auf dem wachtturme herumging am abend des gleichen tages saß akim danilic im kolonialwarengeschäft fertikulins trank brause limonade mit cognac und schrieb dem offiziellen bericht erlaube ich mir meinerseits einen nachtrag beizufügen euer hochwohlgeboren vater und wohltäter nur dank den gebeten ihrer tugendhaften fraugemahlin die sich in der wohlduftenden sommerfrische in der nähe unserer stadt aufhält ist es nicht zum äußersten gekommen was ich an diesem einen tag ausstehen mußte kann ich gar nicht schildern für die administrative tüchtigkeit kruschenskys und des feuerwehrmajors portupejew finde ich keine gebührende bezeichnung ich bin stolz auf diese würdigen diener des vaterlandes ich aber tat alles was ein schwacher mensch der seinen nächsten nur gutes will überhaupt zu tun vermag und während ich jetzt am eigenen herde sitze danke ich unter tränen dem der uns vor einem blutvergießen bewahrt hat die schuldigen sitzen wegen mangelnder beweise einstweilen hinter schloß und riegel doch ich habe die absicht sie nach etwa acht tagen heraus zu lassen nur aus unwissenheit haben sie das gebot übertreten